Hi, ich bin Max und heute werden wir über Magnetventile sprechen. Es gibt eine große Auswahl an Magnetventilen, daher werden wir sie in diesem Video über die wichtigsten Merkmale von Magnetventilen aufklären, damit sie die richtige Entscheidung treffen können. Wir werden die Steuerprinzipien, die Schaltfunktion, die Materialauswahl, die Bestimmung der richtigen Ventilgröße, die Reaktionszeit sowie die Spannung und die Spulen behandeln. Zunächst einmal zu den verschiedenen Steuerungsprinzipien. Es gibt drei Arten der Magnetventilsteuerung – direkt, indirekt und halbdirekt. Ein direkt wirkendes Magnetventil arbeitet ab 0 Bar, ist in der Regel für kleinere Durchflussmessungen geeignet und benötigt zum Betrieb keine Druckdifferenz. Ein indirekt wirkendes Magnetventil erfordert eine Druckdifferenz von 0,5 Bar und hat eine kleine Magnetspule für einen vergleichsweise großen Durchfluss. Ein halbdirekt wirkendes Magnetventil ist eine Kombination aus einem direkten und einem indirekten Magnetventil. Es arbeitet ab 0 Bar und hat eine relativ kleine Magnetspule, die einen großen Durchfluss steuern kann. Als nächstes werden wir die Schaltfunktion von Magnetventilen erörtern. Typischerweise sind Magnetventile entweder zwei Zweiwege oder drei Zweiwege. Die erste Zahl gibt die Anzahl der Anschlüsse und die zweite Zahl die Anzahl der Betriebszustände an. Ein zwei Zweiwegeventil hat also einen Einlass und einen Auslass und kann entweder offen oder geschlossen sein. Ein Drei-Zweiwegeventil kann zwei Einlässe und einen Auslass oder einen Einlass und zwei Auslässe haben. Nun werden wir uns mit den Materialien befassen. Gängige Dichtungsmaterialien sind NBR, EPDM, FKM und PTFE. Bei den Gehäusen sind die gängigsten Materialien Messing, Edelstahl und Nylon. Klicken Sie auf das Video oben oder den Link in der Beschreibung für weitere Informationen über diese Materialien. Bestimmen Sie die richtige Größe für Ihr Ventil. Eine einfache Methode ist der Vergleich des Durchmessers und des Gewindeanschlusses mit dem Rohrdurchmesser. Zum Beispiel ist ein Halbzollventil eine übliche Größe für ein 15 mm Rohr und ein Einzollventil für ein 25 mm Rohr. Achten Sie darauf, dass die Bohrung nicht kleiner ist als der Innendurchmesser des Rohrs, um den Druckabfall zu begrenzen. Beachten Sie, dass Ventile mit großem Gewinde eine kleinere Bohrung haben können. Eine genaue Methode zur Bestimmung der Größe ist die Verwendung des sogenannten KV-Wertes. Dieser Wert gibt an, wie viel Wasser bei einer Druckdifferenz von 1 Bar durch das Ventil fließt. Es gibt einfache Formeln, um den Druckabfall für einen bestimmten Eingangsdruck mit dem KV-Wert zu berechnen. Für Flüssigkeiten und Gase gibt es unterschiedliche Formeln. Die Reaktionszeit eines Magnetventils Magnetventile sind für ihre schnelle Reaktionszeit bekannt. Das ist die Zeit vom Einschalten der Spule bis zum Öffnen oder Schließen des Ventils. Gleichstromventile sind meist halb so schnell wie Wechselstromventile. Ein direkt wirkendes Ventil ist schneller als ein indirekt wirkendes Ventil derselben Größe. Übliche Reaktionszeiten für kleine direkt wirkende Ventile sind 5 Millisekunden und für größere Ventile etwa 50 Millisekunden. Bei indirekt wirkenden Ventilen sind es typischerweise 15 Millisekunden bei kleineren und 150 Millisekunden bei größeren Ventilen. Denken Sie daran, dass eine kurze Ansprechzeit einen Wasserschlag verursachen kann und entscheiden Sie sich für ein Ventil mit einer längeren Ansprechzeit. Als letztes werden wir die Spulen besprechen. Die Spulen können für Wechsel- oder Gleichspannung in einem weiten Bereich spezifiziert werden. In der Regel hängt die Entscheidung davon ab, was am Installationsort verfügbar ist. Eine häufig gestellte Frage ist, ob die Richtung des Stroms durch eine Gleichstromspule wichtig ist. Die meisten Spulen haben keine Angabe zur Polarität. Die Antwort lautet, dass die Polarität keine Rolle spielt. Die Stromversorgung kann also in beide Richtungen angeschlossen werden. Wenn Sie Fragen zur Auswahl des richtigen Magnetventils für Ihre Anwendung haben, wenden Sie sich bitte an mich oder an einen anderen Mitarbeiter von Thameson.